nein herzlich willkommen bei einer weiteren folge von dvd mit dabei ist janik und natürlich meine wenigkeit wir sind gerade alle ein bisschen meckern weil ich gerade den generator nicht gemacht hat ja wir sind jetzt auf dem schrottplatz irgendwie klar wir spielen wissen wir noch nicht und wir müssen erst mal wieder tüft machen das ist michael meyers ich habe nichts gehört habe ein bisschen besser ja das ist ja der leise micha das ist ja der leise micha ich bin ja ich bin abgehauen ich bin abgehauen ich komme zu euch das ist ja der leise micha sven wir wissen nicht wer der killer ist er steht hinter dir er will nicht sein ah jesus schuss ist über das fenster geklettert hat mich nicht zuletzt gelassen und ihren mann jeder weiß dass leid ist hörst ja du er hat mich aufgehoben ja du ich hab mich dann gehalten feld 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 also gegen michael meyer hat micha schon lange nicht mehr das stimmt lachen und singen sind meine stärke oh mann ey du 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 yo der justus hat mich aufgehoben bitte ich vorhin überhaupt bitte auf was ist denn los wir haben noch nicht mal einen generator geschafft nicht mal einen into wir haben es nicht gesehen Ich bin echt der größte Gangster auf der Welt. Alles klar, ich mach da eben erste Hilfe, dann mach ich neue Töne. Ah, cool, ja, mein Töne kommt. Oh! Oh, ja, der Katon gesagt. Schrank wechseln. Safe, safe. So, Totem kaputt machen. Ich? Nein! Oh nein, liegt der hier, liegt der hier. Da hat er den Schrank geguckt. Au, au. Der hängt da hin. Da ist ne böse Ecke. Der ist auch geknöpft worden. Ich rette dich bei ihm. Ist das eine Feind hier, oder? Ich weiß es nicht, er ist hier gestillt. Ich lege ihn nicht mehr. Er ging so in Richtung Mitte. Hallo. Hi. Das ist ne böse Ecke, muss ich schon mal sagen. Äh, Feuerfass, wo gehst du? Ja. Ich renne Sven, äh, dann gibt's auch Spuren. Ja. Oh, das bei uns. Danke Sven. Ah. Ich schau mich doch wieder. Du bist doch garantiert. Nein. Ich hab auch ein Messer um. Ja, ich hab auch ein Messer um. Ja, ich hab auch ein Messer um. Okay, das ist auch immer wie Sven. Okay, das ist auch immer so wie Sven. Das ist auch immer wie Sven. es ist noch nicht um das ist noch nicht oben er will mich nur zwei generatoren die sie die mord der mord wie er morgelt der mord Er killt! Er killt! Er killt! Ja gut! Er hat mir jetzt eigentlich heingeritzt, Junge. Ich wurde filetiert. So cool. Ihr wollt dich grad retten. Die Azor ist immer schmuck. So, ne? Dann musst du dich halt TÜV alleine machen. Wenn du dich willst. So, ich will nach hinten gucken. Er hat den Polizisten. Nein! Nicht den Polizisten! Er hat den Polizisten geschnellt. Aber wenn man einen Erdmann... Er hängt es auf vor Mori. Ah, okay. Nehme hin. Das heißt, das Messer ist jetzt unten. Ah, okay. Und wenn das Messer oben ist, dann bin ich sofort tot, oder wie? Wenn der Messer oben ist, kommt er dich holen. Oh, oh. Wenn er nicht mehr rennt, Sven. Also wenn er nicht mehr schnell geht, dann weiß er auf jeden Fall, jetzt ist alles zu weg drin. Okay. Also bei den anderen beiden ist er nicht mehr. Jetzt sind wir wichtig. Jetzt sind wir wichtig. Ja. Jetzt ist es bei dem anderen beiden. Jetzt ist es beim Beelig. Jetzt hat er den Negativ. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin so am Schnitzel. Ja. Ich hab aber gerne nie verpackt. Der Billy Komm, der Billy. Du musst dich auffahren. Du musst dich opfern für mich. Du musst dich opfern. Billy, ich bin der mit dem meisten Leben. Komm. Mit dem meisten Leben. Billy, jetzt spring in sein Messer rein. Billy. Er ist dran, weil er den Gän gemacht hat. Er hat den Billy gekriegen. Er hat dich gesehen. Nein. Nein, Mama. Hilfe. Der Messer ist oben. Messer saugen, weil wir dich holen sind. Ich will es, wenn ich mir noch nicht mehr rettenkomme. Ja, Mama. Messer saugen, Sven. Der will dich schnabulieren. Michael, pack das Messer weg. Warum kommen wir hier nicht rein? Jetzt. 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 Warte, warte, warte. Da war das Fenster. Sven, das war's. Nein. 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 Nein, bitte nicht. Nein. Ich bin unschuldig. Aua. Au. Folgt ein anderer Mittelspieler als Mori. Aua, aua. Das tut so weh. Ich bin tot. Danke. Für die Hilfe. Ja, wir waren gemauriert. Gute erste Runde. Bis gleich. Jetzt wollen wir jetzt mal die Lede frapzen. Jetzt werden wir schon kommen sehen. Der hat schon im Landbischof gegrunzt. Bist du das oder? Ich bin die heiße Lady hier. Ja, ich muss mich erst mal mit der neuen Skin nehmen, wie ich hier klasse. Das Heskin. Ja, sie hat einen Charakter, weißt du? Ja. Das ist die Yui. Extra aus Asien eingeflogen. Oh. Da kommt das Schweinchen. Schweinchenfatze. Schweinchenfratze kommt. Von rechts. Hau rein, Sven. Au, 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 au. Aua. Aua. Der hat den Sinn. Er hätte vorher erledigt gewohnt. Weißt du das? Ja, wieso bist du jetzt schneller über die Mauer gesprungen? Ich wollte keinen Zauern machen. Ich wollte keinen Zauern machen. Ich bin da nicht zu der Wachschlange gekommen, ja? Weißt du, ich stehe in der Wachschlange. Und du lässt dir die Zeit die Welt, älter. Du lässt dir die Welt. Ich glaube, du kommst doch raus, ja. Ich weiß nicht, wohin mit denen. Fast fertig. Ich war fast voll. Du bist doch viel Lichtstücke, war sich so unsicher. Nein. Wieso weiß er, wo ich bin? Ja, los. Komm schon, Konsuni. Hieb mich ab. Danke, gleich. Oh, uah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Drei von vier sind verletzt. Sven, er ist hinter dir. Er will dich. Sahne, schnittchen, bleiben wir stehen. Nein. Yannick. Du Sau. Du Anti-Mate, du. Du verletzt dich. Du darfst nicht sein. Alter, du bist so ein Unirren, Mann. Alter. Sven, nur die stärksten gewinnen, ja? Ja, nur die stärksten gewinnen, ja? Die harten Hasen bleiben im Garten, ja? Jetzt haut er doch mal auf mich drauf. Ich glaube, es hat's. Er weiß aber, wo du bist. Also, nicht du, sondern der andere. Gott, ich glaube, man hat. Hilfe. Hilfe, Mama, Hilfe. Ja, ja. Oh, der Unirrenmann. Hey, hey. Du Spacko, Alter, das macht man nicht. Was ist das denn für ein Pimmelberger? Oh, mir tut der Baum wieder. Jetzt kriegen wir so ein Brenn wegen dir. Nee, aber ganz ehrlich, das macht man nicht. Das ist unfair. Das ist kein faires Killer-Dasein. Weißt du, der hat den Kinderkodex gebrochen? Erstmal schlechte Bewertung da, also ganz ehrlich, Pimmelberger hier, ganz ehrlich. Spiel wie ein echter Pimmelberger. Muss auch Tunnel schreiben, da wissen wir, wird gemeint ist. Tunneln. Ach so, ja, ne. Tunneln ist der Fachbegriff. Tunneln. Sag ich da. Und campen. Mach gut. Und. Ich stehe am Campen. Mit einer Bratwurst. Hör so krass. Warte mal so. Hör so krass. Oh, ich hab geschrieben, spielt wie ein echter Pimmelberger, Tunneln sag ich da, und ist am Campen mit einer Bratwurst. Absenden. So. Finde ich gut. Dann erstmal zugucken. Gut, ich glaube, er kommt gleich zu dir. Na, mach ja nichts mit mir. Das Schränke ist ganz bequem, Mittagspause, ne? Ja. Das letzte Mal, wo ich im Schrank war, war nicht so geil. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Mach dir ja eine Türbohne mit. Hm. Ja, schön hier, ne? Schön, 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 lange. Du, ich hätte auch gelegt, wenn es mir nicht einfach die Palette vor die Nase zugeworfen. Nee, wenn du ja was ein durch das Ziel. Ja, ich hätte die aufzuwerfen können, die Pfeife. Nee, ich hab nicht. Und off. Nee, war nicht möglich. Du hast zweimal mitbekommen wegen dir. Schließlinge. Ja, erst kannst du dich auch zu Ende machen. Also, Mut zur Lücke. Erst wenn er ihn aufgehoben hat. Alles klar. Du musst frisch hinsetzen. Oh Mann ey. Und dafür bekommst du tapfer. Absolut nicht. Gibt's ja nicht, ey. Gibt es nicht. Oh, ich mach noch den letzten Gen. Ich glaub, nicht mehr im, der hier wird es nicht mehr gucken. Der andere halt auf den Gen gleich fertig hier. Oh, der andere Pizza auf sein Pullover. Wie geil ist das denn? Der ist so hart am abkennen, ist Wahnsinn. Ja, ist gewaltig. Also, ganz ehrlich, wenn Leute so spielen wie dieser Killer, dann spielen die einfach scheiße. Na klar. Also, das ist, das macht das Spiel irgendwie ein bisschen kaputt. Ja, das ist so ein Grund, das Spiel nicht mehr zu spielen. Der Unterspiel spielt unter, weißt du? Das zeigt, dass du. Ich wüsste halt lieber was geiles Getürenlauf bei der Folge oder so. Ja. Auch wenn ich da auch 180 bin. Aber besser ist das Spiel, also ganz ehrlich. Ich sehe mich heute mehr Betürenlauf. Tut mir leid, Pizza dude, dass die anderen nicht nicht gerettet haben, aber Killer sagt, Oh, da ist der TÜV verkackt. Oh, 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 oh. Na, wir wollen ja noch schnell weiter, ne? Ja, oh, da ist dir die Zwingkerze runtergefallen. Ah, guter Fehligkeit check. Ich guck mal, so was der andere macht. Ach, der läuft. Da ist der Killer, okay. Mach rein. Haha. Ohne, ich bin. Da, 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 da. Da, 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 da. Da wollen wir schon mal gucken, wo die Luke ist. Haha. Ich glaube, das macht die andere auch. andere leute opfer bin ich die meiste habe ich gesehen mein felsen mann diese runde ist mit gerne versteckt sich der bau ich habe er auf den lücken einst das die andere verlaufen aber immer so haben umbübeln das kler ist da ja ja genau vorher genau vorher hat sie aber nicht gesehen hatte ich aber glaube ich gesehen das tut Und ihn auch... Hast du den Move gesehen? Ich wollte wieder wieder versuchen, die abzuschmieren. Sven, man muss alles geben. Geh... Wie geil. Ja. Wenn du die Lern gesehen hast, kannst du dir die Luft aus finden. Finden. Mit Ö. Ja, Kollege, jetzt such dir du zur Rufe. Ich hab Hunger. Hunger, Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Ja. Machen wir uns einfach unspannend. Ja. Wir wollen ja schnell weiter, ne? Ja, das wäre nicht mehr meins. Ja, du. Die andere ist eben nur am Poppen und am Laufen. Alles klar, Leute. Bis sofort. Jawohl, die Schmutzfarbe. Jetzt wird's gelb. Jawohl. Wenn ich gelbe Textur und darauf hab ich den ganzen Tag gewartet. Was die letzte Runde spiel ich mit der hier krassen Gaming Brille. Wenn man schon gelb sieht. Da müssen schon alles gelber. Warum machst du das? Damit es noch gelberer ist, weißt du? Gelberer. So. Es ist dein. Hier, Bimmelmann. 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 Bimmelmann haut mich. Oua. Alter, der cheated doch. Schmutz. Erstmal Brüder wieder absetzen. Das ist immer der erste Ding. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal. Grundsätzlich bin ich der Erste. Das ist unfair. Ich möchte mich keiner retten. Hallo? Das lief nicht so gut mit der Lampe. Hau rein zu retten. Taschenlampen sucken. Hau rein zu retten. Tschüss. Verhala erwartet mich. Weiß mal, wenn nur die Autos durch den Schiff bringen, dann wird man schon so ein euren Wimmelgeist um die Ecke gebracht. Haben alle gesagt, ich barbeque? Der eine kommt jetzt aus dem Keller und der andere Tierjagd. Hallo Teammates, wollt ihr mich mal abhängen? Du wirst ja nicht so gängig. Was? Ja, wieder auf meiner Zeit. Ich bin ja schon fast bei der Hälfte. Ja, wo oben? Svenni! Ab und zu Lager mit dir, Jun. Was für ein Lager? Wo bist du? Ab und zu Lager mit dir, Jun. Weißt du, bist du gerade in den Nägel laufen, oder? Warte, Janik? Janik! Ja, jetzt schleichen. Jetzt wir gehst du auf Plan B. Okay, warum? Oh ja, du hast keine Ficknägel. Ficknägel? Fingernägel! Was? Schön rosa, rot, weißt du, so richtig schön knallig. Alter, wie lang sind die denn? Kannst du ja mit jemandem umbringen. Naja, dann resten zusammen. Warum haust du den Kinder nicht damit? Du, der ist geil. Ja, egal. Der nix wie so, nee. Ja, Traumkrank kannst du ihn aufhauen. Dann zeigt er mir seine Bimmel und ich noch nicht, damit es gewassert. Er sagt mir so, sein Bimmel ins Gesicht, weißt du? Genau so, genau so. Nichts, wenn es Lachen bringt, wenn er gerade hier heilt. Nee, ist nicht gut. Bimmel, 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 bimmel. War schneller. Warte, ich will heilen, ich will Punkte haben, Punkte verteilen, hallo. Ich hab Gas. Kriegste im Killer auch. Sven. Denk mal ab. Denk mal ab, sagt er, ich weiß gar nicht, wo der Killer ist. Hallo, ich will auch, ich will auch. Oh ja. Der ist der Meister. Du hast verkackt. Du hast mich abgelehnt. Ich war. Das würde ich nie machen. Absolut. Ich bin doch ein Ehren Sven. Natürlich Sven. Nee, Ehren Sven. Nee, ehren переuntes eben. Erkrankt. Wenn ich jetzt nicht noch hier Pukte gekriegt, dann weiß ich auch nicht. Dann will es ja auch nicht. Ah, die retten wir doch. Wir retten ja. Au. Hat noch gepasst. Betaut! Natürlich nicht! Alter, das war knapp! Betaut Sven! Als ob du jetzt so wer tup bist! Grüß meine Mutti! Jannik! Grüß meine Mutti! Ihr habt mich doch lief! Jannik, du musst jetzt hier ein bisschen wegkönnen! Auf meinen Gips klappt nicht immer! Scheiße! Du mit deinen 70 Spielen bist du wieder froh! Da liegt der ja schon wieder! Weh, ich werd gemoviet! Sven, da rein, Junge, das war's! Ja, was, ich rette dich! Das hat er ausgebündelt! Das ist schon gesehen, Junge! Der hat sich gesehen! Das ist schon wieder! Präsentierst du nicht, aber ich glaub, es ist ein Präsentier-Teller! So richtig schön mit Basilikum verziert und so! Ja, renn ich doch mal rein! Du wolltest die Palette umstoßen! Obwohl er da nicht mal ist! Einfach aus Prinzip! Ja! Ich wollte nur ein bisschen Ablenkung sorgen, weißt du! Ah, okay! Und er kommt wieder! Jetzt bin ich sehr gut! Nee, jetzt musst du einfach wegrennen! Guck! Ich wurde abgehoben! Er kommt wieder zu fest! Nee! Sveni! Er will dich schon abelieren! Hey! Der hat mir die Palette auf den Kopf geworfen! Da schaut jemand an unsere Videos! Alter! Wenn ich tot, wenn du's tot, das war's! Wenn... Kannst du mich eben aufgeben? Nee! Also... Hast du dich hoch schon abonniert? Hast du ja nicht mehr geheilt und so lieb! Ja, rett mich doch einfach! Nee! Oh, wow! Was hat sich so heilt? Nö! Das dauert bei mir so ein bisschen! Aua! Ja, aber es geht immer noch mehr als gar nix! So, jetzt tot und kaputt machen! Oua! Wir alle drei jetzt versuchen! Jaaa! Er kommt! Die Punkte gebe ich mir noch! Oh, Manu! Die Punkte gebe ich mir nicht mehr! Ich aber! Warte, man muss doch wieder von vorne anfangen! Der ist sicherlich jung! Aaaa! Der Klinger! Alter, du Ikel, du! Du hast angefangen, Sven! Gott, ich war! Hab ich... Äh... Ich bin tot! Ich hab voll so ein Teamplayer, ne? Du bist kein Teamplayer! Oh, ich war Teamplayer auf Seagir! Du bist ein Overroost! Das auch! Ja! Toten kaputt gemacht! Punkte! Ja, steck neben dir! Der ist an den anderen noch vorbeigelaufen, aber man will mich haben! Das hat er Toilm kaputt gemacht! Das hat er mit Böde hingestellt! Das ist Dekoration! Weißt du? Weißt du? Ich bin an den anderen vorbeigelaufen! Aber nein! Komm, nein, Sven! Unfair! Unfair! Einfach unfair! Das, Sven! Danke für's Zuschauen! Wenn ihr auch fandet, dass der Killer ziemlich unfair war, dann lasst ein Like da! Schreibt's in die Kommentare! Schreibt vor allem in die Kommentare, dass Yannick ein Anti-Mate ist! Und ja, lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt! Und ja, bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Ciao!